Liebes Kollektiv, herzlich willkommen zu deinem heutigen Tagesimpuls. Heute kümmere dich mal um dich selbst. Ja, du hast richtig gehört. Deine Seele, sie schreit. Vor allem bei denen, die schon körperliche Symptome haben. Anstrengung, Druck, Anspannung, Hitze. Von innen heraus. Aus. Der heutige Tag möchte dich einladen, eine Brücke zu schlagen zu dir selbst, von dir selbst aus nach oben und nach unten. Die Quelle. Wo ist die Quelle? Richtig. Bingo. In dir. In deiner Seele. Deine Seele ist die Quelle allen Ursprungs. So, sei bereit, die Anspannung loszulassen. Deine Seele hat dir etwas zu sagen. Gut möglich, dass manche heute sogar so einen Druck verspüren, dass sie sehr verkrampft sind. Geht ans Wasser. Geht in das Wasser. Lasst euch vom Wasser nicht nur abkühlen, sondern inspirieren. Lasst euch über das Wasser, durch das Wasser, zur Quelle führen. Für diejenigen, die sich momentan in der Nähe von Wasserfällen aufhalten, äußerst positiv. Sucht diese auf. Verbindet euch. Nachricht. Wichtige Nachricht heute. Vorsicht auch vor dem, was ihr auf den Social Medias postet. Es könnte viral gehen, beziehungsweise Aufruhr. Sie sagen Aufruhr. Es könnte vielleicht von jemandem missverstanden werden, beziehungsweise ihr bekommt gutes Feedback. Je nachdem. Double check, was ihr postet. Kommunikation. Gut möglich, dass sie auf euch zukommt. Doch es ist Low Budget Kommunikation. Darum verbindet euch mit eurer Kraftquelle. So braucht ihr euch über diese Low Budget Kommunikation nicht aufregen. Seid in eurer Mitte heute. Sucht eure Mitte auf. Bleibt in eurer Mitte. Habt einen ganz wunderbaren Tag. Seid gesegnet.